Für jede reelle Zahl x gilt, der Betrag von x, das ist diese Zahl x selbst, wenn sie größer gleich 0 ist, und es ist minus diese Zahl x, wenn sie streng negativ ist. Wenn man vor eine streng negative Zahl x noch ein Minus setzt, dann wird das Ergebnis eine streng positive Zahl sein. Schauen wir in zwei Beispielen. Der Betrag von 3 ist 3, weil 3 ja positiv ist. Und um den Betrag von minus 4,5 zu bestimmen, müssen wir den zweiten Teil der Definition anwenden. Minus, minus 4,5, das macht 4,5. Auf dem Zahlenstrahl, der Betrag von minus 3,5, das ist 3,5. Und diese Zahl ist auch der Abstand zwischen minus 3,5 und 0. Schauen wir mal auf dem Zahlenstrahl für eine positive Zahl. Hier habe ich die Zahl 2,6 eingezeichnet. Der Betrag von 2,6, das ist 2,6. Und diese 2,6 ist der Abstand zwischen der Zahl selbst und 0. Wir dürfen also verallgemeinern, der Betrag einer Zahl x, das ist der Abstand zwischen dieser Zahl x und der Zahl 0. Eben. Ihr